Hallöchen YouTube, ähm, wir sind ja wieder bei Let's Play Tech It. Wer hätte es erwarnt? Er warnt? Er ahnt. Sie ahnt. Ähm, jo. Achso, ich hab schon wieder die Lautstärke bei Minecraft aus. Hä, sehr schön. Ähm, was mir aufgefallen ist, dieser Block, den hab ich ja weggegraben. Also dieses, Schnee auf diesem Block. Der ist jetzt wieder da und jetzt hab ich mir gedacht, eventuell, dass da jetzt irgendwie so ein Schneeteil draus wird. Deswegen mach ich einfach mal kurz Toggle Downfall, weil ich sehen möchte, ob es... Ne, es schneit nicht. Gut, der ist schnell wieder weg mit dem Rotz. Ähm, was ich ja auch so geil finde. Saving Level. Multiplayer-Welt, ne? Da speichert man ja immer das Level of... Line. Ja, da wollte ich auch nochmal weitermachen. Ha. Ein anderes Mal. Äh, ne. Achja, und ich hab, äh, mein Invertar ein bisschen aufgeräumt hier. Hier von unten eine U-Meter geholt, die zwei reingepackt und den Rest einfach hier rein. Und sonst halt mittlere Maustaste, damit es wieder geordnet ist. Ja, ha. Ist ja so kompliziert und alles. Das muss man nicht unbedingt in der Folge haben. Das ist... Nicht so interessant. Interessant. Wie ist auch immer wegglitscht? Das ist... Jetzt geht's. Naja, wenn man mal ordentlich hinschaut, dann geht's. Ah ja, hier ist mir auch noch aufgefallen, die... Zellen sind... Sehr bald alle. Beziehungsweise zwei sind schon weg. Die haben auch nicht mehr lange. Vielleicht ein paar Ticks noch. Die Zelle wird jetzt gleich weg sein. Ich möchte am liebsten, würde ich da jetzt, äh, einfach... Ja, weg ist sie. Da auch weg, da auch weg. Ne, nie depleted. Ach, das ist ja eine gewisse Chance, dass die dann... Oder? Ach, und die muss man dann wieder zu so einer... Äh... Re-in... Äh... Depleted? Also ne, zu einer depleted isotope cell. Äh... Aha. Aha. Ich glaub... Ich werd mir die jetzt einfach, ähm... Wofür ist sie noch mal gut? Hier so mit Coal das, dann hat man depleted isotopes da. Mh... Mal, dann messen, wieviel das jetzt dann genau als Output ist. Äh... Oder... Nein, ich pack die einfach hier hin jetzt erstmal. Ist doch egal! Ach, cool. Ich hab jetzt gar keine mehr. Ja, ich hab jetzt... 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 Ach, wenn ich doch wüsste, wie man sich... Zellen macht. Das wär um so viel... Bess... Achso, ich hab hier vier Stacks dann schon. Dann muss ich natürlich... Hier nicht so viel rausholen. Die zwei, die können wieder zusammenbleiben, weil... Damit die glücklich sind. Achja. Achja, und, äh... Uran. Hab ich? Wo? Achso, hier. Hehe, hehehe. Ich... Wieviel Platz hab ich denn hier noch? Ich hab hier... Oh, noch ein bisschen, was nochmal... Ungefähr... Mal mal 20 einfach ist. Sollte so ganz gut funktionieren. Ja, nochmal... Äh, kann man da irgendwie... Das ist geil, danke. Ja. So, gut, dann... Hier alle rein, alle rein, alle rein. Und alle rein. Danke, Sir. Könntest du nicht anders sortieren? Sort in rows steht da, glaube ich. Das ist sehr schön hinter den Items. Keine Ahnung, was das für einen Sinn hat, aber... Naja, wenn man auf die Symbole hier die Maus hält, dann will man sicher wissen, was da für Items sind. Naja, das ist ganz logisch eigentlich. So, dann packen wir das hier hin. Das hier hin, das hier hin, das hier hin. Und dies packen wir wieder hier zurück und nicht da drüben. So, Nier Depleted. Da möchte ich bitte ein... Habe ich irgendwo ein Coal Dust? Ich habe doch sicher irgendwo ein Coal Dust. Ach, perfekt. Danke. Ich nehme einfach mal vorerst ein zweites mit. Könnte ja sein... Ne, oder? Doch. Ja. Könnte ja sein, dass unten das noch einmal zu einer Nier Depleted geworden ist. Oha. Depleted, Isotopster. Das muss ich mit der jetzt machen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich packe die einfach unten rein. Vielleicht füllt sich die ja dann auf, weil da ist ja schon bei 5000 Grad. Ist wahrscheinlich einfach nur nicht zum Aufheizen geeignet. Ja, die heizt sich auf. Das ist so, die wird... Das ist gut. Schön. Das freut einen doch. Also, wie viel waren es? Eins, zwei, drei, glaube ich. Zack. Perfekt. Also, ich wollte ja schauen mit Dingens, wie viel jetzt so rausfließt. Ich glaube, das sind... Lass mich raten, es sind 40 EU per Tick. Nein, das... Achso, ich habe sowieso das Thermometer hier. 4.300. Es kühlt wahrscheinlich noch ab, oder? Es kühlt ab, es kühlt nicht ab. Es kühlt nicht ab. Hä? Ne, doch. Ganz langsam. Warum auch immer langsam? Ich weiß nicht. Äh, hier ist der EU-Reader. Ja. 40 EU per Tick. Genau, wie ich es erraten habe. Ach, da ist er. Da fehlt ja schon wieder was. Kann man nicht eigentlich irgendwas machen, äh, wodurch die... Die, 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 die Zombies und so... Ach, die ganze Zeit erwische ich das Falsche hier. Sie nicht die ganze Zeit gegen die Tür hauen, weil das nervt schon ein bisschen. Ja, und die Isotope-Sales, brauchen die... Erzeugen die weniger Energie, oder? Ja, das sind jetzt nur 150. Äh... Hä, Gott. Wenn ich es so mache... Noch weniger. Oha. Haben die weniger Output, wenn... Ausput, weniger Output, wenn die... Weißt du, sind jetzt alle da noch so neu? Hä? Isotope-Sales. 150 Output habe ich jetzt. Sie sind ein bisschen sehr wenig. Ich google jetzt einfach mal schnell. Also, ich meine, in der Tech-It-Wiki. Äh, Isotope-Sales. Kann man ja einfach mal machen, oder? Die, die, die... Depleted Isotope-Sales. Is obtained by combining a near-depleted uranium cell with coal dust. After this, it can be enriched in a nuclear reactor to create a re-enriched uranium cell. A near-depleted uranium cell with more, one or more uranium cells. This will cause the uranium cells to pulse an additional time. This pulse will recharge... Ah, heat but no EU. Wenn place in the EU... Also ist... Wenn man... Also ich hab's schon einigermaßen richtig genutzt, aber wenn man jetzt... Die Isotop-Zellen... Die Isotop-Zellen. Neben die Uran-Zellen packt, dann... Strahlen die Hitze ab, aber keine... Äh, es werden keine EU... Also es wird keine Energie erzeugt. Und... Durch die Uran-Zellen fühlt sich die eben auf. When placed in a nuclear reactor, the reactor will recharge with different speeds depending on the reactor temperature. This means that if you want to make more re-enriched uranium cells, you must heat up your reactor. Just don't let it get too hot unless you like fire and lava. Ja, das ist das, was ich erwähnt habe. Mit 80% wird in der Nähe werden Blöcke zu lava und so. Äh, da, wo war ich? Ja, SSLs get enriched. The bar will fill, but not... Not bugged. Just extremely slow. Okay, a Mark 1 set up with 4 uranium cells and 4 depleted. The Isotop-Zellen will also be very slow. Woher sind die... Re-enriched... Ne, warte mal, hier... ich brauche wieder hitze coolensers die gibt es sogar weniger hitze ab hier so als die anderen irgendwie ich verstehe das ganze noch nicht so ganz nie die plüte der jenemals nähe und spurt reffind er in der warte 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 das wollte ich nicht ich wollte was kann be enriched in a nuclear reactor to create a re-enriched uranium achso okay das brauche ich nicht danke sehr packe ich da wieder eine uranzelle rein weil das bringt mir nix ich habe ja die power flower mir fällt gerade echte namen ich glaube power flower ist doch schon ganz richtig würde ich sagen wir hatten jetzt bisschen was ja also man kann auch eigene reaktoren bauen die einfach nur solche depleted isotope cells wieder aufladen nennt man dann breeder type dingens rektoren manchmal ich pack das auch in den dingen rein weil das doch irgendwie dazugehört und die gehen mir schon so richtig auf die nerven diese vier das ist ein wahnsinn es ist ein wahnsinn wirklich gut ach so die wollte ich noch unten reinpacken genau hahaha und hier 31 geht es eigentlich ziemlich schnell dahin das ist schön das freut mich dir geht es gut jetzt hat er wieder viel schneller verbraucht ach die ist jetzt schon wieder leer das ist doch das gibt es doch nicht also wegen dem kühlsystem werde ich noch mal so schauen wahrscheinlich irgendwie oder zwischendurch ab und zu vielleicht mal probieren mal sehen wie das denn am besten funktioniert mit der kühlung der heißt sich jetzt langsam auf und kühlt wieder ab gut der kühlt also ab das war es nur weil eben das ein bisschen verzögert ist wie die hitze dann betragen wird und so hier sind noch alle ganz heile ja das ist gut dann will ich aber auch sagen ich beende mal hier diese folge zeit geht nach wie vor rasend vorbei hier könnte ich eigentlich wieder was reinpacken aber egal das mache ich vielleicht in der nächsten folge mal sehen ich gehe wieder auf meinen standort standort punkt ding da draußen eine spinne hier ist aber kein spinne schade gut auf jeden fall ja wie gesagt ich beende diese folge und wir sehen uns morgen wieder tschau